Die Geiger Unternehmensgruppe wurde 1923 gegründet und ist ein heute in der vierten Generation geführtes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Oberstdorf im Allgäu. Wir haben über 3000 Mitarbeiter, die an mehr als 50 Standorten tätig sind, die sich vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich, in der Schweiz, Italien und Rumänien befinden. Die Geiger Gruppe bedient ein breites und umfassendes Leistungsspektrum, das vom Liefern über das Bauen und Sanieren bis hin zum Entsorgen reicht. Wir können damit einen sehr großen Teil der Wertschöpfungsketten in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Umwelt abdecken und unseren Kunden attraktive Lösungen anbieten. Geiger baut auch starke unternehmerische Wurzeln und vor allem auch menschliche Werte. Neue Markchancen zu erkennen und auch zu ergreifen ist unerlässlich, damit wir unsere Stärken weiter ausbauen und auch in Zukunft unabhängig langfristig erfolgreich sein können. In fast allen operativen Bereichen wird bei Geiger mit CAD-Dateien gearbeitet. Das heißt, sowohl im klassischen Hoch- und Tiefbau, aber auch im Erdbau, im Deponiebau, der Bauwerkssanierung oder gar in unserem Versatzbergwerk kommen CAD-Dateien zum Einsatz. Die Anwendungsfälle und Anforderungen unserer Mitarbeiter sind dementsprechend sehr unterschiedlich. Unser Ziel ist es letzten Endes, jedem Mitarbeiter, der den Bedarf an einem CAD-Programm hat, auch eine passende Anwendung zur Verfügung stellen zu können. Mit ARIS Trinity werden uns drei Lösungen aus einer Hand angeboten, die wir sowohl alleinstehend als auch im Verbund einsetzen können. Gerade für unsere Baustellen ist da auch das Zusammenspiel von ARIS CUDO und ARIS Touch interessant, denn von den Baustellen wird immer wieder die Nachfrage laut nach mobil und offline verfügbaren und bearbeitbaren Plänen. Dass diese dann über das angebundene OneDrive synchronisiert werden und am PC mit ARIS CUDO weiter bearbeitet werden können, ist für die Projektteams, die sowohl auf der Baustelle als auch im Büro tätig sind, ideal. Interessant für uns ist außerdem auch die Flexibilität bei der Zuweisung der Lizenzen, denn wir haben häufig wechselnde Zusammenstellungen von Projektteams und so können wir immer sicherstellen, dass es neben mehreren Touch-Lizenzen auch mindestens eine CUDO-Lizenz pro Baustelle gibt. Diejenigen Mitarbeiter, die zuvor schon Erfahrungen mit AutoCAD hatten, konnten sich sehr schnell zurechtfinden und ARIS CUDO fast direkt produktiv nutzen. Dahingegen hat man gemerkt, dass weniger erfahrene Anwender durchaus noch mehr Unterstützung benötigen und sich am Anfang auch ein paar Stunden Zeit nehmen müssen, um mit der Oberfläche und den für sie relevanten Funktionen vertraut zu werden. Bei einem weiteren Rollout werden wir deshalb auf jeden Fall Schulungen für Einsteiger und vielleicht auch Umsteiger in Betracht ziehen. Die View-Only-Links stellen für uns eine sehr gute Lösung dar, um Kommentare und verortete Fotos möglichst schnell und einfach mit Projektpartnern teilen zu können. Das heißt, der bisherige Aufwand, um PDFs zu erzeugen und dann nachträglich mit den entsprechenden Informationen anzureichern, kann erheblich reduziert werden. Nach einem positiven ersten Eindruck haben wir uns dann beschlossen, ARIS CAD auch einen Praxistest zu unterziehen. Das heißt, wir haben eine Gruppe an Testnutzern zusammengestellt, die aus verschiedensten Geschäftseinheiten von Geiger stammen und somit auch ganz unterschiedliche Anwendungsfälle haben, die sie nun testen. Die Zusammenarbeit mit Gräbert war seit dem ersten Kontakt an sehr gut und vor allem dank der kurzen Kommunikationswege sehr schnell und unkompliziert. Bei der Einrichtung des Single Sign-Ons und auch der Anbindung unseres OneDrive-Cloud-Speichers wurden wir ebenfalls hervorragend vom Gräbert-Team unterstützt. Der Single Sign-On ist ein absolutes Muss für uns, denn wir wollen auf der einen Seite unseren Nutzern den Zugriff so einfach wie möglich machen und auf der anderen Seite natürlich die größtmögliche Sicherheit unserer Unternehmensdaten gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit unserer hauseigenen IT hat an der Stelle auch reibungslos funktioniert und wir haben sehr schnell sehr gute Ergebnisse hervorgebracht.